Jetzt noch mal... Ja, mein, was ist denn? 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 Ja, mein, er ist ja ein guter Pilot. Die Folgen, der ist locker zu fliegen. Ja, haben mir schon viele gesagt. Die Walte hat mir gesagt, der Gerhard hat gesagt, es war einfach zu fliegen, war kein Problem. Und da habe ich explotenziell verkehrt gehabt. Ich rausgeflogen, das ist schon am Rücken gewesen. So, das heißt, ich gehe den Binnenschalter auf ein. Ja. Ganz vor. So. Schön, das gefällt mir besser als vorher. Viel besser. Ist halt weiser. Nein, es gefällt mir besser, weil es schnittiger ausschaut. Es ist einfach... durch die Pfeilung und so, das schaut... Und jetzt schaut das nicht so hoch aus, hinten von dieser Formgebung, schaut es hinten nicht so extrem hoch aus. Drennt schon. Was? Drennt schon. Drennt schon. Es ist... еля hat sich Liebe, die Beine... aber nicht mehr passt nicht. Das ist nun mal... atac so dem Bisschen towarte zurück, so wie es unrat detal清st ist. Auch das hat sich Åola, starb한테 rasta. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020